okay offensichtlich ist hier nicht joel sie weiß ja nicht wo sie ist oder wie sie hier rauskommt wo kommst du denn her boah die habe ich ja gar nicht gesehen hier hatte ich sowas von nicht auf dem schirm jetzt wo rennt der hin scheiße die sind ja doch noch hier überall ok da kam einer angerannt das hast du fein gemacht scheiße wo ist der andere jetzt ich hab die scheiß gehöre die scheiß gehöre geht's dir nicht ganz gut jungen jawoll die scheiß gehöre zeigt dir wo der hammer hängt wir müssen trotzdem noch leise sein scheiß dreck nicht zu fassen wir sind ja sowas von hinterhältig da geht's nicht weiter ok wie sieht's hier aus da ist der ausgang hier haben wir aber noch was das nehmen wir auch schön mit hier kommen wir raus der wichser der wichser da ist lange bewusstlos was ist das es ist wild mit etwas menschers beilage nein nein versprochen es ist das hirschfleisch ein mieses schwein so ein vorschnelles urteil wenn man bedenkt dass ihr auch tötet wieviel waren es die haben uns keine wahl gelassen und du denkst wir haben eine wahl ist es das ihr tötet um zu leben genau wie wir wir müssen für uns selbst sorgen und tun was notwendig ist na toll und was jetzt werdet ihr mich in kleine stücke hacken nicht unbedingt bitte sag mir deinen namen du bist komplett durchgeknallt ganz im gegenteil ich war ziemlich ehrlich zu dir aber jetzt bist du an der reihe es ist der einzige weg die anderen zu überzeugen überzeugen wovon dass du zu uns passt du hast herz du bist loyal und besonders du bist Kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sage ihnen. Ellie war es, die dir den Scheißfinger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. 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 Und so schlüpfen wir wieder in die Rolle von Joel. Wir nehmen natürlich hier alles mit, was hier rumfliegen sollte. Taschenlampe haben wir ja auch wieder dabei. Ja, jetzt ist es an der Zeit, Ellie da rauszuholen. So, wir haben noch unsere ganzen Sachen. Das finde ich ja prima. Wir nehmen aber erstmal Pfeil und Bogen. Er ist immer noch angeschlagen. Also wenn man läuft, man merkt das auf jeden Fall, dass er noch nicht 300% ist. Tja, Ellie ist weg. Sie hat dir das Leben gerettet. Nicht nur einmal. Erstmal hier rumsuchen. Hier gibt es nichts. Das Garagentor geht vielleicht auf. Da ist doch was. Wir können aber auch hier lang gehen, oder? Dann gucke ich doch, was bei der Garage noch ist. Unser Pferd haben sie ja umgebracht. Okay. Spielt eigentlich keine Rolle, wo man rausgeht. Das Licht machen wir besser aus. Es wird eh dunkel. Schrei doch nicht so. Wo ist sie hingelaufen? Wir laufen einfach hier über die freie Fläche. Das ist ganz schön gefährlich. Oh, scheiß Arsch. Ich sag noch, das ist gefährlich. Wo sind die Wichser? Boah, scheiße. Wie viele. Kacke, Mann. Einen habe ich erwischt, aber... Oh, ich kann gar keinen erkennen. Okay, wir haben genug, um uns zu heilen, auf jeden Fall. Okay, das können wir nicht machen. Das leider auch nicht. Davon können wir aber eins machen. Diese blöden Wichser. Da hockt einer. Ich werde dich finden. Was zur Hölle war das? Bewegung! Ihr ist gefährlich! Hahaha, ja. Ich bin auch gefährlich. Scheiße, ich habe meine Position verraten für nichts. Kannst du da rein? Das ist sehr gut. Keiner, der mich umzingelt. Okay. Boah, Joel ist echt fertig. Der ist am stöhnen wie sonst was. Aber wir müssen wahrscheinlich hier durch. Nein, 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 nein. Ihr bleibt da. Ein sauberes Ding. Oder so, ihr werdet reden! Das war mal ein guter Schuss, Mann. Eine Axt, die ist besser. Munition, danke schön. Ihr dämlichen Schwachköpfe. Was soll's, wir gehen weiter. Moment. Aber so ein Ding bauen wir uns nochmal. So, die Ausrüstung. Wo sich da durch, oder was? Scheiße. Okay. Das ist voll. Gut. Puh. Okay, da ist keiner mehr. Habt dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt dich fest! Scheiße! Kommst jetzt! Komm! Was willst du von mir? Was soll ich... Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du's mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frakel doch! Na los! Ich lege nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaub ihm. Nein! Ich lege nicht! Ich lege nicht! Ich lege nicht!